Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute mache ich für euch total leckere und vor allem mal etwas andere Wandtans. Du weißt aber schon, dass das hier meine Küche ist. Ja, super geil. Schön gemütlich. Ich bin damals in meiner Studentenbude. Aber wir kochen jetzt auch schon zusammen, ne? Ja, genau. Hol doch schon mal die Zutaten, die ich eingekauft habe. Ich habe eingekauft! Hallo und herzlich willkommen zu Jamm Klantam. Heute machen wir nicht nur ein leckeres selbstgemachtes Chiliöl, nein, wir machen auch köstliche Wandtans, die quasi unter die Soße kommen. Und Wandtans macht man am besten in Gesellschaft und deswegen habe ich heute Gesellschaft in Form des wundervollen Isis vom ewiger Kanal. Hi. Hi. Grüß dich. So, so, moin. Wieder zu sehen. Eben, so, ebenso. Komm ran an den Tränen. Komm ran. Ich habe, wir machen ja was chinesisches und in China ist es üblich, immer ein Mitbringsel mitzubringen und ich habe auch was für dich mitgebracht. Ein schlichtes, einfaches Geschenk für dich. Dankeschön, jetzt packe ich direkt aus. Grüner Tee und Pfefferminz-Ingwer-Tee. Genau. Dankeschön. Sehr, sehr gerne. Ich kann mit nachher dazu trinken. Ja, gerne. Klar. Kein Tee. Hast du Bock auf Wandern? Sehr gerne, ja, auf jeden Fall. Also ich bin so aufgeregt, ganz ehrlich. Süß, süß. So, dann lasst uns loslegen, denn ich habe auch Hunger. Ja, gut. Und ich hole es mal erst Prettchen. Das Schöne ist ja jetzt auch, es ist ja jetzt quasi ein Austausch. Ich war ja gerade erst bei euch auf dem Kanal. Das war so schön. Vegan Impossible Challenge. Die solltet ihr euch unbedingt anschauen. Findet ihr oben auf dem i. Und da dachte ich, ja gut, denn bei dir vegan gekocht haben, kommen wir bei uns auch heute vegan. Deswegen ist veganer Mann-Tanz. Wir haben aber auch schon mal Tanz gemacht mit Schweinefleischfüllung. Also ganz klassisch. Die findet ihr hier oben auf dem i. So, und jetzt würde ich sagen, schnippeln wir und schälen wir. Darf ich mit dem China-Cool? Du darfst anfangen. Mir ist noch gerade eingefallen. Ich muss den Wasserkocher anmachen. Für Tee. Auch, aber für die getrockneten Shiitake-Pilze, die wir hier haben, damit wir die einweichen. Die sind nämlich so reich an Geschmack und lecker. Ja, die werden unser Mann-Tanz richtig umami-sieren. Richtig umami-sieren. Sehr gut. Und dann würde ich schon mal anfangen, die Karotte zu schälen. So, Wasser ist auch schon fertig gekocht. Einmal überließen den Kram und dann geht das schon. Witzigerweise sind ja so Teigtaschen grundsätzlich überall auf der ganzen Welt vertreten. Das sind ja. Mann-Tanz erinnert mich am stärksten an die russischen Pilmeni oder Vareniki. Stimmt, stimmt, ja. Das ist total absurd. Gut, und es gibt so viele verschiedene Faltmöglichkeiten. Wir machen heute eine einfache. Aber das mit den Teigtaschen finde ich auch immer mega auffällig. Aber auch, ist wohl was dran, dass Leute es lieben, Sachen in den Teig zu stecken, damit es da drin egal ist. Und dann ist es auch irgendwie handlich. Ich glaube, das kommt tatsächlich daher, dass man früher sehr viele Sachen einfach transportabel gemacht hat. Oder versucht hat, transportieren zu können über lange Strecken wie so ein Snack. Früher war das ja ein bisschen schwieriger. Nicht so verpackt. Soll ich die schneiden? Ja, kannst du auch grob schneiden. Wir schneiden nur ganz grob, weil am Ende kommt das alles so eine Multi-Zerkleinerer. Wenn ihr keinen habt, wäre das jetzt die Stelle, wo ihr wirklich fein schneidet. Wir machen das nicht. Es sei denn, du willst unbedingt. Nein, nein, nein. Meine Oma hatte keinen Multi-Zerkleinerer, sondern eine Reibe. Und durch die Reibe hat sie immer alles geraspelt, weil es schneller geht als Schneiden und einfach als Zerkleiner. Ja, wirklich sehr intelligent. Eigentlich schon, ne? Ich hatte echt eine intelligente Oma. Wirklich voll die guten Ideen. Jetzt fehlt eigentlich noch Ingwer ohne Knoblauchzehe, die wir reiben. Kann man einfach aufs Brettchen drauf reiben, damit wir sie reinschmeißen. Kannst du den Trick mit dem Löffel? Safe, oder? Ach so, du meinst beim Ingwer schälen? Ja. Ja, aber tatsächlich sind wir hier immer alle zu faul, den Ingwer wirklich zu schälen. Deswegen machen wir es nie. Also grundsätzlich ist es ja richtig. Ingwer ist eine sehr saubere Wurzel. Es langt eigentlich nur, die sauber zu spülen und dann abzureiben. Aber ich dachte mir, ich mache mal hier so ein bisschen flexen. Klar, also es geht ja auch so ein bisschen ums Rundgefühl bei so Sachen. Also wenn die Schale nicht mit dran ist, dann ist der Ingwer noch ein bisschen softer. Aber da ist eh alles so verbraten, zerhackt wird mich dann immer so nach. Und weil ich meistens wirklich einfach sehr, sehr faul bin. Du hast aber auch richtig Bock auf Ingwer. Ja, sehr. Da machen wir einfach später noch ein bisschen ins Chiliöl davon rein. Wenn du jetzt eh alles geschert hast, ganz geil. Dann schmeiße ich mal ein bisschen Öl in die Pfanne. Wir haben jetzt Erdnussöl hier. Ihr könnt aber gerne noch einfach Rapsöl benutzen. Kloach-Ceo. Das heißt, eine, zwei. Eine, eine. Die zweite, die zwei hauen man später aufs Öl drauf. So, ich gucke mal hier die Shiitake-Pilze, die eingeweicht zu draußen. Schneide die so ein Stücke. Gern halt schon in die Pfanne. Schmeißt doch schon die Reise, doch direkt in die Pfanne rein. Dann tauschen wir nämlich einfach Plätze. Jo. Ich werde hier die Shiitake-Pilze so ein bisschen ausdrücken, damit die Flüssigkeit, die jetzt drin ist, nicht zu viel ist, damit wir noch ein bisschen was anbräunen können. Ah, das ist voll heiß. Wegen wunderts bei kochendem Wasser. Also ein Tipp, falls ihr euch die Pfoten nicht verbrennen wollt, nehmt doch einfach ein Sieb. Ja, ich wollte ja ausdrücken. Ich habe ja gedrückt. Und drückt dann mit einem Löffel aus. Und so, oder wir bei Yantan-Tan sind ja große Freunde von Tipps und Tricks, ja. Auch wenn es manchmal vielleicht ein bisschen ein gefährliches Halbwissen ist. Gefährliches Halbwissen mit Felix. Das war ein guter Tipp mit Easy. Guter Tipp mit Easy. Wir brauchen nachher noch was fürs Öl, ne? Ja. Dann lasse ich das am besten übrig. Ja. Kennst du das, wenn du irgendwo bist und dann reinkommst und dann riechst du? Angebraten, Zwiebel, oh, es wird gekocht, das riecht aber lecker. Entweder es ist Zwiebel, Knoblauch und Olivenöl und du bist so, oh, das ist aber lecker hier. Oder es ist Knoblauch, Inga oder nur Knoblauch. Warum ist das so lecker hier? Noch gar nichts passiert. So, Sitake rein. So, und jetzt schmeißen wir einfach nach und nach das Zeug rein und braten. Ich habe, was europäische Wandtans angeht, da sind sehr viele neue Varianten entstanden. Unter anderem auch eine vegane Variante, die wir heute machen. Ja. Es gibt auch die frittierten Wandtans. Auch immer lecker. Das stimmt, aber das ist tatsächlich nicht die Ursprungsvariante. Das ist die, die du vorhin erwähnt hast mit Schweinefleisch und gedämpft, oder? Ja, also da ist es dann auch regional und gedämpft, ja, klassisch. Oder eben, ja, die gebraten und angedämpft sind, dann hast du unten quasi angebraten und oben dann eben so. Okay, ja, ja. Das ist auch sehr klassisch. Stimmt. Genau, und halt eben Suppe, ne? Das ist so, ist ja so ein Standard. Das stimmt. Als Einlage quasi. Soll ich das Tofu schon mal auspacken? Ja, pack doch schon mal aus. Das ist das natürliche, ne? Es gibt noch das Geräucherte, kennst du das? Ja klar, das ist echt geil. Tofu ist einfach eine wundervolle Zutat. Ich kann es immer wieder sagen, ich hole schon mal den Multifactleiner, das war noch ein Moment, aber dann kann das da schon alles noch ein bisschen zusammenkommen. Warst du schon mal in China? Nein, leider nicht. Warst du schon? Nee, noch nicht. Warst du schon mal? Nein. Du? Nein. Auf jeden Fall wird in Asien Tofu nicht als Fleischersatz benutzt, sondern als Alternative für irgendwas. Also das ist ganz normal. Dann kannst du da auch ein bisschen die Feuchtigkeit schon mit aufziehen und verlieren. Ich glaube, ihr würdet es jetzt hier nochmal mit ein bisschen Pfeffersalz. Jo. Und dann geht es in den Multifactleiner. Weißer Pfeffer. Ja, schmeiß ein bisschen rein. Jawohl. Nach gut dünken. Eine Sache noch vergessen. Und zwar haben wir hier eine Pilzbrühe. So, aber es geht auch Pilzpulver, so was wie Steinpilzpulver oder sowas. Einfach nochmal um ein bisschen den Geschmack zu heben. Das macht ihr hier einfach ein bisschen drauf. So. Das ist ja mega. Wir heben hier einfach noch ein bisschen den Geschmack damit. Das ist ja richtig lecker. Ja, das ist halt nochmal einfach das Extrakt davon. Das hebt einfach nochmal das gesamte Gericht und kommt sich gut einfach aus mit dem Öl und mit dem Salz. So, jetzt habe ich aber lange labert, damit das hier nicht zu plattig wird. Transferier doch mal die Pfanne, den Inhalt in den Multifactleinerer, ohne zu kleckern. Challenge accepted. Ich muss dir was gestehen. Ich habe in meinem Leben noch nie Wanderns gemacht. Echt? Na, perfekt. Sehr gut, dass wir Wanderns machen. Fertig, kurz abkühlen lassen, damit wir uns nicht die Finger gleich verbrennen. Ja, so wie du vorhin bei Pilzen. Ja, das war nämlich ziemlich dumm. Ah, das ist voll heiß. Ha, 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 heiß. Und was haben wir da als Tipp gelernt? Sieb und Löffel. Ein Tipp von Easy. Guter Tipp mit Easy. Aber bei der Füllung nehmen wir keinen Sieb und keinen Löffel, sondern wir lassen es abkühlen. Ah, ich habe was vergessen. Klecks Sesamöl. Ja, ich sag Stopp. Stopp. Meng du nochmal ordentlich durch und wir rollen kurz auf. Wanderns füllen jetzt. Ja, wenn nicht jetzt, Wandern. Ich habe eigentlich nur gewacht, dass irgendwas damit kommt. Cool, gute Freude. Hier ist ein Platz für dich. Ja. Hier ist ein Platz für mich. Ich habe da auch schon ein Schüsselchen Wasser bereitgestellt. Das lege ich, kannst du in die Mitte stellen von uns. Ich hole noch einen Teelöffel. Wenn ich jetzt alles richtig mache, nehmen wir uns einen Teelöffel. So in etwa an Füllung. Nicht zu viel erstmal. Ist das zu viel? I don't know. Wir finden es heraus. So, dann schmeißen wir es in etwa hier in die Mitte. Ränder befeuchten. Zack, zuck, zapp. Ich kann den Rechteck draus machen. Also hier so ein bisschen Rand. So, zack. Dann alles an Luft rauspressen, was irgendwie da ist. Richtig gut abschließen. So, und dann nochmal ein bisschen befeuchten. Und dann, vor allem die Hände. Und dann machen wir hier unten die Ecken zusammen. Und weil ich so voll gemacht habe, ist es schwierig. Aber, dann haben wir hier. Oh, das sieht aber cool aus. Haben wir das einfachste? War gar nicht so viel Füllung. Nee, das ist eigentlich ziemlich gut. Danke. So, und jetzt füllen wir zusammen. Oh, nicht. Ja. So, hattest du eine andere Form? Ähm, ja, ich glaube, ich guck mal. Probier gerne. Grundsätzlich ist es ja ein bisschen wie Rabiulis machen. Ja. Die habe ich schon, aber tausende gemacht tatsächlich. Und dann, guck mal, das ist so ein Dreieck. Ah, du machst den Dreieck. Also fast das gleiche, wie du das gemacht hast. Ja. Nur so. Ah, ja, das geht auch. Wir können auch beide Formen machen. Mir ist das wurscht. Dann würde ich sagen, dann mach du doch die eine Form. Ich mach die andere Form. Kann ich ein Schiffchen ausprobieren? Ey, bitte. Wir haben richtig viel Wandhandblätter. Dafür ist da. Und wir arbeiten uns jetzt hier entlang. Wir waren richtig fleißige Wandhandleiter. Und jetzt haben wir schon mal einen Topf mit Wasser aufgestellt. Magst du ein bisschen Salzreihe machen? Sehr gerne. Und ich würde so einen kleinen Klecks Erdnussöl reingehen, damit die Wand tanzen nicht aneinander kleben, wenn es gleich kocht. Es gibt ja diesen Spruch alter Falter. Wir sind ein Wandhandfalter. Ich darf den gerade ausgedacht. Ja. Hüft. Okay. Sofort das Wasser kocht, würde ich sagen, wir präparieren es schon mal ein bisschen für unser Chiliöl. Weil ich finde Chili. Es gibt nichts besser als frisches Chiliöl, das wirklich oben drüber gegossen wird. Damit wir aber noch so ein bisschen Soße haben, machen wir das hier unten schon mal rein. Ja. Ein bisschen schwarzer Reisessig. Zur Not könnt ihr auch einfach normalen Reisessig nehmen. Oder in allergrößten Not, da wird mich Minister für wieder steinigen. Aber Balsamico geht auch in etwa. It's not the same. Aber es hat so ähnliche Noten. Ich mache hier noch einen ganz kleinen Klecks Wasser überall rein. Sirp. Sesamöl. Kleiner Klecks. Tatsächlich ist so dieses Chiliöl mit der Soße zusammen so... Du gehst einfach weg. Entschuldigung. Tatsächlich ist dieses Chiliöl zusammen mit dieser Soße so mein go-to-Nudelgericht geworden. Ich mache da meistens noch so ein Klecks Tahini unten rein. Ja. Und dann frisches Chili irgendwo drüber und dann Nudeln zum Beispiel und dann durchrennen. Und dann hast du wie so frische Dandarn-Nudeln. Das ist aber so ganz fix, weil du nur Nudeln kochst. Das Zeug greift. So Frühlingsfieben schneidest, Chiliöl obendrauf, zack, rühren, fertig. Super einfache, schnelle, leckere Lösung. Jawohl. Cool. Frühlingsfieben schneide ich, genau. Und ich habe hier noch Setsuan Pfeffer. Ja. Da eigentlich kein Pfeffer ist. Wenn ihr den gemahlen habt, dann könnt ihr euch jetzt ja diese Stufe des Zermahlens knicken. Sondern einfach nur das Pulver nehmen. Das hier sind aber die ganzen Setsuan Körnchen und deswegen muss ich kurz ein bisschen mörsern. Ein Mann sein Mörser. Ich bin immer eifersüchtig, dass so eigentlich daheim haben. Zack. Ich schneide in der Zeit die Frühlingszwiebel, sehr unspektakulär, aber einfach... Aber schön schwein. Jawohl. Oh, in einem Engel. Jetzt haben wir fast alles bereit. Wir können, glaube ich, mal die Wandtans ins Wasser schmeißen. Tja, wenn ich jetzt Wandtans. Den hatten wir schon. Damit er ja nicht rausgeschnitten wird, dachte ich mir. Also die Wandtans kann man entweder rein plumpsen lassen oder einfach auf so einer Schaumkelle draufsetzen. Ich fange mit deinen an. Wenn es für dich okay ist. Für mich ist das voll okay. Du kannst es auch mischen. Und dann kann man die reinsetzen. Das ist die ungefährlichste Art und Weise, die Wandtans einfach zu garen. Ich stelle es auch ein bisschen runter, damit die nicht kaputt gehen. Während die jetzt da köcheln und garen, mache ich hier schon mal ein bisschen Öl in den Topf. Denn ich mache jetzt für zwei Portionen das Öl auch schon. Erdnussöl. Da geht alles mögliche. Da geht alles mögliche. Aber auch Mischungen sind sehr lecker. Und das ist jetzt so Mexiko, paar Chilis, aber auch ein paar Setsche und Chilis. Also ein bisschen querbeet gemischt. Die sehen noch gut aus, oder? Wählst du noch einmal so ein bisschen durch und dann teile die gerne auf unsere beiden Tellerchen. Yes. Dann haue ich jetzt jeden von uns so einen guten Löffel Chili drauf. So, jetzt haue ich gerne noch so von jedem so einen Teelöffel Knoblauch-Inger auf. Und einfach auf die Chilis drauf. Ja, so was. Genau. Und dann obendrauf noch Frühlingstiebeln. Und ich mache hier noch ein bisschen Setschern-Pulver auch drauf. So, Achtung. Ich komme jetzt einen Schluck hier. Das ist ja geil. So. Das ist das schnellste Chiliöl der Welt. Und es ist so lecker. Und jetzt rühren wir einfach nur noch mal um. Okay. Und dann sind wir schon fertig. Okay. Oh, geil. Oh, geil. Fantastisch. So. Bereit? Ja. Du? Ja. Und ah, warte, dass du dich mal in einer Aufnahme kurz sagen. Jetzt sieht man auch hier schön, wie sich unten so diese Soße zusammenbildet. Also du hast du diesen Ölfilm, dann die Chilis und drunter Sojasauce und Essig. Und das wird so eine richtig köstliche Soße. Hoffentlich. Guten. Guten. Ich habe ja einen von allen. Decker. So, du hast ja Tee mitgebracht, dann will ich auch zum Probieren Tee servieren. Kann ich die Pferdetasse haben. Aber bitte, ich habe sie extra für dich geholt. So. Und jetzt können wir probieren, als hätten wir das nicht. So. Guten Appetit. Guten Appetit. Das riecht richtig gut. Oh. Es geht einfach runter. Es ist so lecker. Ein weiter Schwede. Mund ist ja auch. Superschön. Super lecker. Also das ist der. Wow. Das sind die besten Bandtanz, die ich hier gegessen habe. Dankeschön. Ich finde gerade, wenn die Füllung kein Fleisch oder sowas ist, dann brauchst du eine deftige Ruße. Das kommt so lecker zusammen. Also mir fehlt auch überhaupt gar nichts. Das ist so rund würzig. Es ist, obwohl das viel Chili weiß, ist gar nicht so scharf, wie ich erwartet habe. Wirklichi. Also ich finde, es sehr, sehr lecker, aber am besten, macht Ihr es daheim selber nach, das ging jetzt auch mega fix. Lade euch ein paar Freunde ein. Oder setzt eure Familie an den Tisch oder ihn natürlich. Oder easy. Doesnnivieren, zum ausgebenen Wand-Hand falten. Und dann könnte ich es selber schmecken. Stimmt. Easy. Apropos, dass du da warst. Dankeschön dass da warst. Das war wirklich wundervoll. Danke dass du hier sein durfte. Ich hoffe du kommst gerne noch mal. Sehr gerne sehr, sehr gerne wirklich. Und wenn ihr jetzt noch nicht Vegan Impossible gesehen habt auf dem Edeka-Kanal, dann findet ihr das hier an der Seite. Genauso wie die Wantan-Suppe, die spicy und lecker. Vergesst nicht zu abonnieren bei der Kanäle und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss!